Jetzt spielen wir ein Stück. Es geht um, also natürlich spielen wir ein Stück. Wir spielen jetzt einen Song, wie zwei Leute sich kennengelernt haben. Und ich möchte hier anwähnen, dass in 2007 waren wir hier, genau hier, weil zwei Leute sich schon vorher kennengelernt haben und hier geheiratet haben. Und ich möchte jetzt dieses Lied für Bill und Annette singen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.